Da wären wir wieder! Wir sind dabei, Dirt Showdown, Reifinger LP, wir zocken zusammen und zwar hatten wir letztes Mal freigeschalten San Francisco, normale Stadtrennen und Yokohama hatten wir schon vorher. Ganz chronologisch würde ich sagen, gehen wir einfach weiter vor, checken wir mal Yokohama aus. Checken wir wieder offline aus, was auch immer mit Steam los ist, mein Router, irgendwie mag mich mein Provider, den ich jetzt nicht nennen möchte, ich möchte keine schlechte Propaganda machen, zur Zeit nicht. Ich habe angerufen, die haben gemeint, über das Wochenende klären sie das, mir völlig egal, Hauptsache ich kann nachts uploaden. Okay, zurück zum Rennen. 5000 Euro, Euro, Dollar, Preisgeld, eine Runde, 3 Minuten, checken wir mal aus. Was für Fahrzeuge haben wir? Wieder den Kollegen Robson und den Jupiter Del Rio. Hmm, Upgrade, mal gucken, 5000 Cash habe ich, Handling, machen wir mal. Yes, immer rein mit der Kohle und schon haben wir hier Klasse C, okay, vorher war es D, wunderbar, nehmen wir doch Dr. Robson. Diesmal nehmen wir mal so ein bisschen Trouble, Trouble ist immer gut, kann nichts dagegen. Trouble ist mein zweiter Vorname, wenn ihr mich versteht. Na, und ganz besonders in Yokohama, sollte mal ein bisschen aufpassen, ja. Nicht, dass hier eine meinte, kann hier mir so vor meine Schürze hier laufen, ja. Kann ich jetzt nicht empfehlen, also unter uns würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Ja, Auto sieht aus wie immer. Oh, der Hans, der Hans Nummer 69, ne, guter Kumpel von mir. Schön, dass das Auto bemalt hat für mich. Danke nochmal, Hans, ja. Hat auch sein Alter drauf gemalt, 69, deswegen ist das alles ein bisschen verschwommen und nicht so ganz sauber. Aber gut, der macht es halt mit Liebe, sieht man auch an den Felgen, ja. Also einwandfrei, richtig schön gerade, zack, zack. Ja, Hans, das machst du noch nicht nochmal, würde ich sagen. Hast ein bisschen verkackt. Ja. Diesmal sieht es ein bisschen aus wie beim Wrestling, oder? So mitten in die Arena reinspringen und dann so Cage-Match-mäßig. Aber es soll mich jetzt nicht weiter stören oder interessieren. Wichtig ist, dass wir jetzt erstmal ins Rennen starten und die Gegner platt machen. Hätte ich schon mal nichts dagegen. Ihr sicher auch nicht. Das Rennen geht, wie gesagt, drei Minuten. Erster Platz, 5000 Dollar. Wir haben gerade das Auto abgegradet auf Klasse C. Sollte sich doch was tun. So, Hans. Ein Sidewiper nur mal ausgecheckt. Ich hoffe, ich flicke nicht raus irgendwie. Oh, Handling. Handling war gut, glaube ich. Handling war sehr gut, dass ich das hier alles ausgecheckt habe. Ja. Habe ich schon mal zwei rausgekickt, ne? Also, frage ich mal. Okay, schauen wir mal, ob hier irgendwo eben am Rand steht. Ja, no couch. Alles klar. Okay, okay, also. Rausschopfen würde ich sagen, ist hier Obst zur Priorität. Ah, nur leg ich mich selbst raus. Schopfen ist ein bisschen doof. Kriege ich dafür auch Punkte? Ich glaube es nicht. Ich glaube es... Ah, verpisst euch. Weg, ey, über hier. Nitro, nitro, nitro. Komm, den haben wir noch raus. Den haben wir noch raus. Den haben wir raus. Ah, ich bin bitte rausgeflogen. Verdammte Scheiße. Wir kommen jetzt wieder hoch. Ah, über die Rampe. Ah, ich habe keine Punkte dafür gekriegt. Passend mich, ich bin ein bisschen nervt gerade. Menno. Hauptsache, ich kippe noch auf der Rampe weg. Bam. Genau, und jetzt nochmal hier. Habe ich mich selbst auch noch erwischt. Verdammt. Hans. Trouble. Der Trouble, Hans. Gut, mit dem ersten mit 200 Punkten Vollsprung. Das müssen wir ein bisschen ausbauen, würde ich sagen. Indem wir... Ich würde gerade sagen, indem wir den da vor uns mal ein bisschen rammen. Aber leider ist da keiner mehr. Und den haben wir mal... Ah, ich dachte, wir hätten jetzt... Ah, ich will hier rausgeflogen. Nein. Ich habe mich auch selbst gekillt. Oder? Zumindest war das nicht optimal, würde ich sagen. Und immer schön Feuerwerk hier, wenn ich rausge. Komm schon, Nitro, Boost hier. Zack, zack, raus mit dir. Oh, okay. Warte, ich bin Vierter? Ein Scheiß hier. Und wieder rein in den Knockout-Rank. Und Druck auf die Gegner, würde ich sagen. Das Auto ist weht. Ja, gut. Crash Bang Now, was auch immer das war. Ich habe jetzt F1 gedrückt. Ah, cool. Kann ich mal reinziehen. Wie geil ich das gemacht habe. Und leider bin ich nicht rausgeflogen. Ja, okay. Nee. Äh, continue. Nix da, hier. Na, lost the lead. Ja, get on the platform. Bin ja schon dabei. Stand und zack und rein und raus hier mit euch. Kommen, den drehen wir noch raus hier. 1 und 2. Ja, Nitro, 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 Nitro. Oh, leckere Säcke. Habt's auf mich abgesehen, ne? Hab ich schon genau gewusst. Ja, das genau. Nein, jetzt bin ich auch noch kaputt hier. Oh. Aber das hat er gut hingekriegt, der Hans, ne? Hier. Von oben, muss ich sagen. Das Checkmuster. Double Points. Okay. Gut, dass ich gleich mit Vier rausgehauen hab, würde ich sagen. Ja, alles klar. Und jetzt kannst du mal zwei. Ähm, sollte eigentlich... Was? Ich bin nun nicht der Erste. Komm. Du, come. Und raus mit dir. Aber wo sind denn hier die Gegner? Wow. Aber die Punkte hab ich nicht mehr gekriegt, oder wie? Oh nein, ich bin... Ah, scheiße. Ich bin Zweiter geworden. Restart. Nächster Zweiter. Nicht mit der schönen Lackierung von Hans. Also wirklich, für Hans muss ich da den ersten Platz holen, oder? Seht ihr doch genauso. Zweiter Platz, was ist das denn? Bei Gasgas lassen... Naja, gut, da ist ein zweiter Platz gar nicht so verkehrt, weil das Rennen halt immer so ein bisschen schwierig ist. Aber hier, das sehe ich jetzt gar nicht ein. Zweiter Platz. Pff. Was denkt der denn? Am Ende hatte ich doch einen Doppelbonus, hab drei Leute rausgeschmissen und hab trotzdem nur 3000 Punkte bekommen. Ich frag mich, was ich da falsch gemacht hab. Aber das können wir jetzt ja auf jeden Fall besser machen. Hm. Der Bildschirm spricht zu mir und sagt... Erinnert mich an Minecraft. Die Zombies. Was ist da los mit dem Bildschirm, eh? Luigi, was ist da los? Was macht ein schwarzes Bildschirm mit mir? Also jedes Mal so lange dauert, krieg ich ja echt die Krise hier bei dem Spiel. Vielleicht mal checken, ob es hier irgendwelche Updates gibt. Gekauft habe ich es übrigens bei Amazon. Okay, nicht, dass ihr euch wundert, warum hier alles Englisch ist. Ganz einfach. Der Kurs rund Euro ist einfach so gut, dass man da echt ein paar Euro spart. Und solange man jetzt hier nicht... Also beim Autorennspiel, ganz ehrlich, meine Damen und Herren, brauche ich keinen deutschen Text, ne? Also wer da... Ah, nein, ah, ihr Säcke! Wer da Deutsch braucht, um es zu spielen, da spare ich mir lieber ein paar Euro und würde sagen, hab eine größere Spielvielfalt, die ich euch zeigen kann, aber eben dann auf Englisch. Und ich denke, damit kommen wir ganz gut klar. Ich bin jetzt ja auch nicht so schlecht im Englischen, dass ich euch das nicht übersetzen könnte, worum es hier eigentlich geht. Nein! Mann! Ich glaube, vorhin war der zweite Platz ja schon scheiße und jetzt bin ich ja erstmal fünf da hier. Okay, 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 wieder ruf auf die Plattform und jetzt mal hier powermäßig rein in die Pule. Warum den muss ich jetzt mal hier runterkicken? Oh! Kriege ich jetzt wenigstens tausend Punkte für die Scheiße hier, oder was? Bam! Und jetzt fährt er auch noch mich rein. Genau. Ich habe... Sechster, ey. Das ist ja totale Fade, die Runde hier. Komm, Ramirez. Jetzt schare wirst du, oder wie du weißt. Nein, nein, nein. Nicht mal davon. Das hätte ich wohl gar nicht, oder? Ach, komm! Mann! Okay, 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 wir holen wieder auf. Wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Wunder und runter. Und das ist eine Sideswip-Kollision. Weg hier. Ey, das... Ey. Da hängt der einfach an mir dran wie eine Klette. Ich glaube, ich spinne. Und hängt die ganze Zeit da. Schau mal, ich muss wieder machen. Voll. Absturz hier. Dann machst du, ey. Warum gehe denn jetzt ich wieder drauf hier? Mann, ey. Hier, Hooker. Hier auf der Motorhaube. Hooker, ja. Ich will jetzt erstmal nicht drüber reden, was das eigentlich heißt. Aber ihr glaubt, ihr so viel Englisch könnt ihr auch, dass ihr das versteht. T-Bone. Heavy T-Bone. Kriege ich auch Poké für die Scheiße, oder was? Ah! Warum habe ich den nicht? Der saß... Der saß doch schon an der Kante und ich kriege ihn nicht. Mann, Mann, Mann. Na, erstmal ein bisschen Hooken, genau. Okay, zwei haben wir doch jetzt hier raus, genau. Jetzt kriegt er doch wie ein Stoppel der Punktzeit, oder nicht? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Bash! Heavy Sidewipe. Ja, das war's für euch. Der fährt jetzt fütter. Leute. Geht mir ein bisschen auf die Nerven, aber ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Dann werde ich erster. Restart. Genau. Und den Ladescreen, den schenke ich euch jetzt. Ciao. Und den Ladescreen, 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 den Ladesc